Servus, wir sind die glitschigen PS-Profis. Das ist der schleimige Sidney und der schmierige Jean-Pierre. Zieh dir mal die Schnecke rein. Aus Australien die, ne? Warum machst du das? Wollt ihr den Weg ersparen? Jetzt ist es drei Tage umsonst. Es ist eine Parade, ein Netz ohne Scheiß, Spinnnetz. Ich will das geile Netz hier fotografieren. Nochmal links unten. Ja, nochmal, nochmal, nochmal. Ja, ja, besser. Gut so? Okay, machen wir nochmal. So. Camera is rolling. Es geht los! Man muss sich überlegen, in N-C-A-C, N-C-A, verdammt, N-C-A-P. In N-C-A-P, Crash-Test. Und dann ist es wirklich dann so? Okay, fangen wir nochmal an. Also, im N-C-A-C, ach verdammt! Mal ganz ehrlich, 14.450 Euro ist ganz schön viel Geld, ein sehr, sehr hoher Preis. Ich hoffe, der Kollege ist beratungsassistent. Machst du nochmal? Ich glaube. Tanja möchte ein SUV haben. Was fällt mir ein? ML, wie ist der? M-Klasse aus Koreaner. Wir fahren hier an der Seite ran. Ja, ich weiß! Ich bin doch hier im Auftrag des Volker-Underings! ZUZ fossilern. ZU 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 KIII Halle, 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 Halle... Kaa...Faa...Saa...Kiiiii... EnVAUAUGUS... BIMBY.